Musik Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Legends Ich bin zurück aus dem Urlaub Sozusagen mein Urlaub Comeback Und was macht man da als erstes? Genau, erstmal Tickets öffnen Leute, wir machen heute ein kleines Ticket Opening Mit Tickets, die ich mir angespart habe im Urlaub Und zwar die Legends Proud to Fight Tickets Wir haben eine 10erziehung Wir können 2 einzelne ziehen Und wir haben Ultra Dimensions Rush Tickets Wo wir die Chance haben auf Super Saiyan Vecito Das ganze machen wir heute Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommen wird Und Leute, ich bin wieder da Was heißt das? Wenn Rapid jetzt wieder im Hintergrund seht Jetzt bis auf die Tafel, die mir runtergefallen ist Ich weiß nicht, warum Gronkh hinten runtergefallen ist Aber ich muss mal gucken Dann brauche ich wahrscheinlich ein neues Klebeband Also Gronkh fehlt hier hinten Ja, ich mag ihn Ähm, Leute Also, ich bin wieder da Bedeutet, wir können diese Woche beginnen Mit Nexomon 2 Captain to Barz ein bisschen weiter Eve Echoes geht weiter Und alles mögliche, was mir sonst noch so einfällt Leute, das wird eine geile Woche wieder Ich bin da Ich bin da für euch Hype in die Kommentare Wir gehen rein ins erste Opening Leute, schickt mir ein bisschen Ganky-Dama-Power Denn diese Tickets Sind schwierig Es gibt keine bestimmte Chance auf Charaktere Beziehungsweise wir sehen es nicht Wir sehen also immer hier rechts oben Ein Zeichen, wo draufdrücken kann Um zu sehen Yo, da kann man den und den Charakter ziehen Mit dieser Prozent-Chance Hier sehen wir nur, was darin sein kann Also mal Real Talk aus der Zentrale Wenn ich jetzt einen Cell Oder einen Margin Vegeta ziehe Falle ich um Also Leute 10 Erziehung Danach 2 einzelne Tickets Und dann noch die Ultradimension Rush Tickets Ganky-Dama Los geht's Leute, wenn ihr übrigens irgendwelche Wünsche habt Für ein spezielles Dragon Ball Legends Video Haut's mir in die Kommentare Vielleicht ergibt sich da ja was Schönes Okay, 3 Kapseln ist jetzt nicht der geile Start Da sind wir mal ehrlich Das ist nicht der geile Start, Leute Ich bin noch nicht mit der Kamera noch nicht so ganz zufrieden Den Kamerawinkel und so weiter Rote Schrift Also Extreme Ist schon mal garantiert Aber die Frage ist Kann bitte Brody kommen? Okay Wir müssen auf einen Fake-Out hoffen Sonst waren diese ganzen Tomaten Die ich gesammelt habe für die Tickets Komplett für den Arsch Denn die Tickets kommen ja aus den Abenteuern Aus den Tomaten-Abenteuern Die wir ja derzeit noch immer machen Ich bin schon fertig diese Woche wieder Es ist Montag Ich bin fertig Mittwoch muss man fertig sein Ah Fake-Out Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon wieder Fake-Out Österreich Power habe Es ist früh am Morgen Ich bin erst wieder aufgestanden Ich habe gestern eine 9 Stunden Zugfahrt hinter mir Wie Delphi Evertor Leute, danke übrigens an die Zuggesellschaften Die denken, Sonntag fährt ja eh keiner Da machen wir mal eine 9 Stunden Zugfahrt aus Eine 7 Stunden Zugfahrt Danke dafür Leider Sieht der Pool hier mega schlecht aus Fuck Das waren 10 Tickets Ich bin ein bisschen traurig Ich bin ein bisschen traurig Leute Und rutsche auf einem Stuhl hin und her Ah Das war schade Das war schade Komm, wir machen nächste Einzelziehung Bitte, bitte was Besseres Wir können auch einzeln natürlich eine Martin Vegeta ziehen Wieder drei Kapseln Will er mich triggern? Son Goku Willst du mich triggern? Wieder nur eine Kapsel Oh Aber Besiegt Oh, 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 oh Ich glaube Ich glaube, er will mich verarschen Super Saiyajin Wir gucken rein Er will mich verarschen Er will mich offiziell verarschen Ja, okay Es ist ein Vegeta Und er hat super Saiyajin Aber es ist nicht Martin Diana Würde sich trotzdem freuen Diana Bitteschön Dein Vegeta Leute Wir haben noch ein Ticket Wir gehen rein Bisschen mehr Genki Dharma Power, bitte Ich komm gerade aus dem Urlaub zurück Schick mal ein bisschen was rüber Ich weiß Jetzt dauert der Weg wieder länger Von Deutschland In den Süden nach Österreich Weltall Fünf Kapseln Geile Animation Ich liebe das Weltall Ich liebe das Weltall Alter, es sieht so gut aus Aber ich denke Ich werde schon wieder verarscht Wir schießen, Goku Drück Drück Er drückt nicht Er drückt einfach nicht Es ist trotzdem das Bucking Weil es ist Weltall Es ist Oh mein Gott C21 Ja okay Jetzt hat es sich auf jeden Fall Doch ein bisschen gelohnt Mein Stuhl geht nach unten Ich rutsche hier so nervös hinterher Erkennt ihr es Wenn ihr nach zwei Wochen Nach Hause kommt Und alles wieder komplett Anders ist Weil es ist nicht so Wie es war gefühlt Und Ah Auf jeden Fall Leute C21 Kuss Geht raus Oh ist das schön Ist das schön Freue mich Vier Sterne C21 Damit erhöht sich die Kampfkraft Auf knapp 1,2 Millionen Aber Nicht zu vergessen Die Dame ist nicht fertig Die verwandelt sich noch Also insgesamt Über 1,3 Millionen Kampfkraft Auf meiner Sexy Lady Wir müssen es mal kurz ansehen Wenn sie sich verwandelt Komm Baby Komm Baby Zeig es uns Zeig es uns Wir wollen es sehen Oh ja Oh ja Oh ja Oh ja Okay Ich nehme alles zurück Tomaten sammeln Hat sich komplett gelohnt Leute Habt ihr aus euren Tomatentickets schon was gezogen Also zu den Abenteuern Habt ihr was geiles gezogen Ich kann jetzt sagen Ja C21 Vier Sterne Bin ich mega happy Bin ich sowas Von happy Leute Aber Wir haben jetzt noch Eine Zehnerziehung Hier beim Rush Limited Diese Tickets bekommt ihr Wenn ihr ganz fleißig Was ich noch nachholen muss Ich war ja im Urlaub Ich muss ganz viele Legends zocken Denn ich muss jetzt ganzen Events Hier noch nachholen Oh Gott Einen Tag noch Leckt mich am Arsch Ich muss mich echt beeilen Hier nämlich bei den Ultradimensions Rush Duell Was ja viel einfacher gemacht wurde Könnt ihr euch jetzt diese Sachen erkämpfen Die Tickets Und wie ihr seht Ich bin noch nicht fertig Hab aber ein bisschen angefangen Und bei den Tickets könnt ihr dann eben Dann euren Vegito ziehen Leute Drückt mir den Daumen Dass es wenigstens Vegito wird Für mein fusionierte Kämpfer Team Genki da power Los geht's Wir gehen rein Wir gehen rein Leute Ah ich bin echt gespannt Ich bin echt gespannt Und ja Leute Ich freu mich schon sehr Endlich Tau bye bye Ja lol Ja Sparking ist ja garantiert Ähm Oder? War das jetzt auch noch Oder nur früher? Ich weiß nicht mehr Für immer mehr Sparking Ähm Soll ich sagen Ich freu mich schon sehr Auf Nexomon Ich freu mich ein bisschen weiter Ähm Zu Barser Zu zocken Und so weiter Und so weiter Es macht schon Spaß Wieder hier zu sein Trotz dessen wäre ich natürlich gerne Ähm Geblieben wo ich war In Deutschland bei Diana Aber Es ist halt noch nicht Ähm Ein richtiger Umzug gewesen Sondern nur ja Wir haben gechillt Umziehen muss man erst noch Okay okay Rekum Komm Baby Gönn 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 Was Gönn Was Am Ende kommt glaube ich Immer eine Sparking Wenn ich mich recht erinnere Ja Ja Es müsste so sein Wie in Dragon Ball Z A Dokkan Battle Am Ende Eine Sparking Bitte lass es Vegito sein Nail Ah Der grüne Goku Ah Bah Habe ich denn nicht Sogar schon mal 14 Sterne Nein habe ich nicht Aber der grüne Goku No 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 Guckt mal an Ich habe ihn schon Auf so vielen Sternen Er ist leider halt Gar nicht zu gebrauchen Allein schon dafür Auf diesem Sternen Level Nur 1,18 Millionen Kampfkraft Schon ein bisschen traurig Leider ist er echt nicht mehr gut zu spielen Äh Äh Problem ist auch bei diesen Unterdimensions Rush Tickets Ihr könnt nur Serienbeschwörungen machen Weil wir jetzt aber so lange Ähm schon Kein Wochenend Ticket mehr geöffnet haben Und ich es noch immer Fucking lustig finde Dass die sagen Hey Schönes Wochenende Am Montag Deswegen werden wir heute hier Auch noch eine Hunger-Psycho-Star-Ziehung machen Ich bin gespannt Ob diesen Mittwoch Also übermorgen Schon Trunks Und so ein Gut hinkommt Mit Super Saiyajin Verwandlung Wir werden es sehen Wird es morgen News geben Wer weiß Wir gucken mal rein Aber Leute Letzte Ziehung für heute Ich bin zurück aus dem Urlaub Der Hype geht weiter Hoch die Hände Letzte Ziehung Bam Wir haben eine 50%ige Sparking Chance Ich ziehe diese Tickets Normalerweise nicht mehr Weil ich nie eine Sparking bekomme Und ich finde 100-Zeit-Kristalle Schon sehr viel Weil da könnte ich auch einfach Bei anderen Bannern Diese 100-Zeit-Kristall-Ziehung machen Da muss ich nicht Am schönen Wochenende Und es sieht schon Wie danach Extreme aus Goku hau rein Drück Drück Er drückt nicht Er drückt nicht Ich sag's euch Sparking Was Es ist doch eine Sparking Was Es ist Lederhosen Vegeta für Diana Kuss geht raus Es ist ein Lederhosen Vegeta für Black Soul Diana Die ihn immer in der Küche einsperrt Diana Gönn dir deinen Lederhosen Vegeta Hey Also Ich kann mich nicht beschweren Ich hab C21 gezogen Für mich Und ich hab ein Lederhosen Vegeta gezogen Für Diana Es ist okay Es ist okay Damit kann ich komplett leben Damit fühle ich mich wieder Ein bisschen Ein Stück zurück In Österreich Und ich muss jetzt ganz dringend Noch weitere Sachen machen Noch Sachen aufnehmen Ich muss zur Post laufen Pakete abholen Für meinen Kanal Rapids Openings Link in der Videobeschreibung Ich muss Nen extrem voll Arschvoll Pokémon Codes Einlösen Und so weiter Also bei Diana Haben wir ordentlich Karten geöffnet Leute Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag Wir sehen uns morgen Spätestens wieder Falls heute nur ein Video kommt Da ich ja jetzt Arschviel zum Nachholen habe Logischerweise Wir werden auch wieder YouTube streamen Wir werden Twitch streamen Seid dabei Alle Links in der Beschreibung Bis zum nächsten Mal Haut hart rein Abonnieren nicht vergessen Meinungen zu den Puls In die Kommentare Ich bin aufgedreht Und ciao